Ja, so meine lieben Freunde, wie angekündigt jetzt die, ja sag ich mal, jährlichen Videos. Ich habe ja immer bisher so ein Video gemacht, quasi Friedi-Bobitsch-Analyse habe ich es genannt. Ich möchte es heute eigentlich nennen, ja, Benotung der Neuzugänge jetzt nach der abgelaufenen Saison. Und da geht es natürlich auch um die Arbeit von Benni Weber. Also wir gehen jetzt Stück für Stück jeden Neuzugang durch, außer natürlich Leihrückkehrer, die natürlich auch zu einer Kaderplanung dazugehören oder eben junge Spieler, die man hochgezogen hat. Die würde ich jetzt auch nicht mit dazunehmen, aber in die Kaderplanung gehören sie natürlich rein. Also es geht jetzt vielmehr darum, wie haben die Spieler performt, auch für das, was sie eben bringen sollten. Und was würde ich aus meiner Fansicht denen von außen betrachtet für eine Note geben? Bei manchen Spielern hat man dann vielleicht ein paar mehr Hintergrundinfos, also ich und bei manchen eben auch nicht. Da kann ich nur das sagen, was ich in der Presse gelesen habe und was ich eben auf dem Platz gesehen habe. Da weiß ich dann eben auch nicht mehr und dementsprechend kommt dann meine Note zustande, ohne da alle Hintergrunddetails natürlich zu kennen, so wie wir es auch in der Vergangenheit immer gemacht haben. Wenn ihr darauf Bock habt, freue ich mich, wenn ihr das Video zu Ende guckt, vor allem für den Algorithmus. Ein Like da lasst und gerne auch einen Kommentar. Vor allem, weil das sicherlich ja jeder anders beurteilen würde mit seiner Fanperspektive, wie er die Spieler gesehen hat und wie er die Transfers gesehen hat. Da bin ich sehr gespannt, was ihr denn dann, ich glaube 14 Spieler sind es jetzt insgesamt, die tatsächlich neu gekommen sind zu uns, wie ihr das denn dann aus eurer Sicht beurteilen würdet. Und dann legen wir auch mal direkt los. Einleitend möchte ich nochmal sagen, für jeden, der das Video nicht gesehen hat, ist es jetzt schon ein Jahr her. Da habe ich quasi so ein Fazit zur Transferphase, zur ersten richtigen Sommertransferphase von Benni Weber gemacht. Aus meiner Sicht hatte das damals alles komplett Hand und Fuß, möchte ich ja auch nochmal sagen. Ich habe da, glaube ich, aus meiner Sicht eine 2 plus gegeben. Habe ich ihm auch mal persönlich gesagt, da hat er gegrinst und gelacht. Also der Unterschied für mich war ganz klar zu erkennen, dass ich zumindest erstmal die Schritte, die Verpflichtungen für das, was sie sein sollten, absolut nachvollziehen konnte. Und das war für mich einfach schon mal seit der Bobic-Zeit oder auch die Zeit davor von Preetz lange, wo wir gefühlt immer 106er hatten, erstmal schon mal einen riesen Fortschritt. Weil bei Bobic fing es bei mir schon so an, dass ich mir dachte, ey, wir haben kein Tempo auf dem Flügel. Haben wir überhaupt Flügelspieler? Ja, aber gucken wir dann erstmal, wie wenigstens die Verstärkungen performen, die er eben teuer geholt hat. Ja, und die haben dann eben auch nicht funktioniert. Aber da hat für mich das Gerüst erstmal gestimmt. Das stellt sich ja häufig dann sowieso erst über die Saison raus, welche Spieler performen unter. Muss man da doch anders planen? Aber zumindest war erstmal die Kaderplanung an sich für mich von Benni Weber total schlüssig. Und jetzt gehen wir mal rein, wie die Spieler performt haben. Und das war eben für mich trotzdem nochmal wichtig zu sagen, weil das für mich einfach einen Unterschied macht. Also ich habe aus meiner Sicht immer die Hintergedanken an diesen Transfers verstehen können, auch wenn das jetzt nicht alles vielleicht meine Wunschspieler waren. Aber man muss ja auch die Reihenfolge dann beobachten. Und wir hatten dann die Linksverteidigerposition, was ja sehr vakant war vor der Saison durch den Abgang von Plattenhardt und Mittelstädt, hatten wir erstmal mit Dudziak besetzt, der aber auch sehr als Hybrid einsetzbar ist und waren ja die ganze Zeit an Karbovnik dran. Da sprechen wir gleich noch drüber. Lukuki hatten wir da, auf rechts hatten wir Kenny, Seevolk, Pekarik. Im zentralen defensiven Mittelfeld war das Ziel ja die ganze Zeit Demme. Vielleicht, wenn das Video draußen ist, ist er jetzt tatsächlich da, man weiß es nicht. Weil ich Clemens auch da wieder in Dudziak, Bieler, Hüseyin und Bucher lag ist. Auf der rechten Seite hatten wir für den Flügel Polko, Dardai und Winkler, der ja zurückkam und gegebenenfalls Scherndt. Links Reze, Christensen und gegebenenfalls Scherndt. Für die Zehn eigentlich auch mehrere Spieler. Maser, Polko, Benze, Dudziak. Für mich Dudziak auch auf dieser Position. Und im Sturm Previak, Tabakowitsch, Niederlechner, Scherndt. Also auf allen Positionen auch unterschiedlichste Spielertypen für diese Positionen, die auch flexibel einsetzbar sind. Sodass ich mir immer dachte, da müssten ja auch wirklich verschiedenste Systeme mit möglich sein. Und das fand ich bei der Kaderplanung gerade dahingehend gut, weil es eben das erste Zweitliga-Jahr war. Es war schwer zu sagen, was wird jetzt der Spielstil sein, den wir vielleicht wählen wollen. Und von daher fand ich die Zusammenstellung eigentlich richtig gut. Und bevor wir jetzt zum ersten Transfer kommen, ich gehe da von Position zu Position, also von Torwart bis Stürmer dann am Ende, finde ich eigentlich diesen Einwand, wie jetzt Nagelsmann seinen EM-Kader berufen hat, total wichtig. Denn immer nur die Transfers danach zu bewerten, der hat ja voll wenig gespielt, schlechter Transfer. Das ist ja völlig irrsinnig, weil du brauchst ja auch eine Kaderbreite, eine Kadertiefe. Du brauchst ja Spieler, die auf der Bank sitzen und nicht mohren. Du brauchst Spieler für die Kabine, du brauchst Erfahrung, du brauchst Junge, du brauchst eine Mischung. Deswegen würde ich da gerne die Wortwahl von Nagelsmann eigentlich übernehmen, der in der Pressekonferenz ja auch sagte, wichtig ist ja immer, das hat er ja schon vor Wochen gesagt, wichtig ist ja immer, welche Rolle hat welcher Spieler im Verein. Und so ist es für mich bei den Transfers auch, wenn ich jetzt eine Note gebe, wichtig, welche Rolle hatte der denn bei der Verpflichtung. Also was für eine Rolle wurde ihm zugeteilt, kann ich natürlich eigentlich gar nicht beurteilen. Ich war ja bei den Gesprächen nicht dabei und ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber ich kann es vielleicht von außen nachvollziehen. Und ja, inwiefern konnte er diese Rolle wirklich ausfüllen. Und dann fangen wir mal mit dem ersten Spieler an, Marius Gersbeck. Da habe ich, also da zum Beispiel habe ich zumindest mal von unserem Torwarttrainer, mit dem ich mich mal ja unterhalten hatte, an die Menge erfahren, dass das, so wie es in der Presse geschrieben steht, eigentlich gar nicht so ist. Also da hieß es ja immer, die eigentliche Nummer 1, Gersbeck sitzt jetzt auf der Bank. Und ich selber habe ja auch, das habe ich ihm ja auch gesagt, ist ein Gersbeck dann nicht eigentlich viel zu teuer. Den holst du als ersten Torwart und jetzt ist er die ganze Zeit Nummer 2 hinter Tiag Ernst. Der soll wohl damals wirklich als Nummer 2 hinter Christensen verpflichtet worden sein, wo noch gar nicht zur Debatte stand, dass man Christensen gegebenenfalls verkauft, dass Tiag Ernst sogar verliehen werden sollte. So war eigentlich wohl der Plan, so wie ich es gehört habe. Und Gersbeck ist ja durch eine Klausel zu uns gekommen. Eine Klausel, dass er immer wieder günstig zu Hertha zurückwechseln könnte. Und wie ich es jetzt verstanden habe, verzichtet er da auch drastisch auf Gehalt und ist damals wirklich diesen Schritt eingegangen. Von einem der besten Zweitliga-Keeper, zu einem sehr stabilen Zweitliga-Keeper, zu seinem Herzensverein zurück. Und das gibt es ja so selten einfach im Fußball, dass da Spieler wirklich auf ihre Stellung verzichten, nicht weiterzukommen, nicht Stammkeeper zu sein, um bei ihrem Herzensverein zu sein. Aber das ist bei Marius Gersbeck natürlich auch sehr, sehr besonders. Wir haben dann laut Transfermarkt.de 300.000 Ablöse durch diese Klausel gezahlt. Deswegen war er dann auch schon am 1.7.23 bei uns da. Sein jetziger Marktwert beläuft sich auf ungefähr 500.000, ist immer noch 28 Jahre jung. Also seine Rolle wurde als Nummer 2 verpflichtet, wohl wirklich ein geringes Gehalt. Im Endeffekt hat diese Verpflichtung uns ja eigentlich auch erst wirklich ermöglicht, sage ich mal, Christensen so teuer zu verkaufen. Weil wenn wir uns jetzt die Situation vorstellen, wir haben Christensen, Tiag Ernst und... Tiag Ernst, der hatte ja noch gar keine Profi-Erfahrung, außer dieses eine Spiel. Tiag Ernst und Quasigroch und dahinter noch Goller. Dann hättest du ja erstmal jemanden verpflichten müssen, bevor du Christensen gewinnbringend, was wir am Ende gemacht haben, gewinnbringend verkaufen kannst. Also hat er ein Stück weit auch diesen Transfer ermöglicht und ist natürlich so ein bisschen, nachdem Rune Jahrstein auch weg ist, so ein bisschen der Erfahrene, der den Jungen vielleicht neben dem Torwarttrainer noch ein bisschen was mitgeben kann, auf eine andere Art. Also das war so die Rolle und es wurde dann, also ich kann es ja auch nur so sagen, wie es mir gesagt wurde, ob es jetzt stimmt, weiß ich auch nicht, aber wenn das so die Rolle war, dann hat sich ja da gar nicht so viel verändert und dann verstehe ich auch, wenn man ihn nur halten will, Marius Gersbeck und eben nicht abgibt, weil er eben nicht so viel Gehalt hat und weil er mit dieser Rolle auch umgehen kann. Er hat jetzt fünf Spiele gemacht, zehn Gegentore kassiert. Im Pokal, finde ich, hatte man schon einen Unterschied gesehen, teilweise eine Unsicherheit, auch mit dem Ball am Fuß, die Bälle dann zentral gehauen, die dann auch teilweise um die Ohren geflogen sind, wodurch auch Gegentore entstanden sind. In der Liga auch teilweise wackelig, muss ich sagen, hat sich dann am Ende für meine Begriffe gefangen. Aber für mich muss ich sagen, hatte er bei uns, also ganz klar, auch wenn wir natürlich alle Marius Gersbeck mögen, hat er ganz klar bei uns noch nicht diese Leistung erbracht, die er einfach bei Karlsruhe gezeigt hat. Sein Kickernotenschnitt in der Liga liegt bei 3,13, bei vier Partien. In dem einen Spiel im Pokal hat er eine 3,5 bekommen, bei Sofascore, die bewerten das mit 6,85 im Schnitt von 10 möglichen Punkten. Ja, also, was man natürlich auch nicht vergessen darf, dieser Vorfall aus dem Trainingslager, das war natürlich Gift für Hertha, muss man ganz klar sagen, und was wahrscheinlich auch nicht passiert wäre, wenn Marius Gersbeck nicht zu uns gewechselt wäre. Man muss auch sagen, ich würde es jetzt auch gar nicht wieder hochholen, nachdem das für echt Schlagzeilen gesorgt hat, für, ja, auch Unmut unter den Fans, ist es dann nach seiner aufrichtigen Entschuldigung, seinen Anrufen, und dass er eben Nummer 2 geblieben ist. Wer redet da heutzutage noch drüber? Ich glaube, außerhalb von Hertha erinnert sich da gar keiner mehr dran. Das war natürlich schlecht, aber sowas kannst du auch nicht einkalkulieren bei einem Transfer. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, hat er die Rolle erfüllt? 300.000 Ablöse für einen Ersatzkeeper, der jetzt nicht so viel verdient. Und ich finde, diese Rolle hat er erfüllt. Auch wenn er mich jetzt spielerisch noch nicht so überzeugt hat, weil ich ihn schon viel besser gesehen habe und ich auch weiß, dass er mehr kann. Aber für einen Ersatzkeeper, der einspringt, finde ich, hat er die Rolle erfüllt. Gab aber, wie gesagt, viele Widrigkeiten und hatte auch Schwierigkeiten am Anfang. Deswegen würde ich dem Transfer eine 4 plus geben. Ausreichend, wenn die Rolle wirklich so definiert war. Kommen wir zur 2. Toni Leisner. Der kam ablösefrei zu uns. Relativ früh. Siebter, siebter. Also eine wichtige Säule, sage ich mal, wo man noch nicht viel wusste, was wird sich so ergeben. Wobei siebter, siebter ja gar nicht so früh ist, weil die Saison fing ja relativ früh auch eben an. Rolle war, glaube ich, ganz klar. Bei den vielen jungen Spielern, auf die man setzen wollte, auch in der Abwehr. Er sollte ein Anführer sein, er sollte ein Stabilisator sein und er sollte die Jungen an die Hand nehmen. Wenn man ja auch davon ausgegangen ist, dass gegebenenfalls Kempf eventuell noch den Verein verlassen könnte. Und ich muss sagen, gerade am Anfang weiß ich noch, also er hat es natürlich schwer mit dieser Union-Vergangenheit und diesem Post, aber gerade am Anfang war der unfassbar wichtig, glaube ich, für uns. Also ich erinnere mich noch an das Auswärtsspiel in Hamburg, wo ich auch, also ich war völlig verängstigt nach diesem Spiel, wie soll die Saison laufen und er sich dann klar hingestellt hat und auch klare Worte gefunden hat. Gar nicht um den heißen Brei geredet hat, man hatte auch immer das Gefühl, dass er intern da klare Worte findet und auch knallhart ist zu seinen Mitspielern, zu sich selber, aber eben auch die Leute mitreißt und motivieren kann. Und hat ja auch etliches weggeköpft, hat da seine Nase überall reingehalten. Also ich finde, für die Rolle, für die er gekommen ist, war er am Anfang eine glatte Eins vom Transfer. Man muss aber auch, ist ja dann sogar noch Kapitän geworden. Richter hat ja dann uns verlassen als Kapitän und er ist dann noch folgerichtig, war ja vorher eigentlich schon fast so auf dem Platz Kapitän geworden. Also dahingehend schon unfassbar wichtig. Insgesamt hat er jetzt 28 Spiele für uns bestritten, eine Vorlage beigesteuert. Kicker-Notenschnitt liegt bei 3,33, im Pokal bei 4,0. Sofa-Score hat er einen Schnitt von 6,93 von 10 und 6,98 im Pokal von 10. Also erste Saisonhälfte unfassbar wichtig. Klar hat er ja auch schon da Defizite im Antritt, völlig klar, aber er hat halt andere Dinge mitgebracht, die total wichtig waren für eine Stabilität unserer Mannschaft. In der zweiten Saisonhälfte, er war ja dann auch länger verletzt, hat dann so den Stammplatz verloren. Finde ich, wirkte er dann noch etwas unagiler. Ich meine, er wird ja auch nicht jünger. Wirkte unagiler und dann haben andere Spieler in der Innenverteidigung besser performt, weswegen ich dann teilweise auch seine Aufstellung, finde ich, leistungstechnisch jetzt nicht wirklich gerechtfertigt hat. Da hatte man eher teilweise das Gefühl, er kommt nicht mehr hinterher und hört sich jetzt so gemein an, ist ja ganz, ganz wichtig, aber war dann in der Abwehr teilweise dann halt der zu langsame, der die Mannschaft dahingehend ein bisschen runtergezogen hat, weil wir ja sowieso schon nicht so viel Tempo im Zentrum hatten. Wenn ich aber die gesamte Saison betrachte, finde ich, war der essentiell, der Transfer, ganz am Anfang vor allem, weil diese Rolle, der Kampf war ja auch völlig verunsichert, dann als er nicht, erst wollte er wechseln, dann durfte er nicht, dann war er ja völlig von der Rolle, man wusste nicht, was passiert. Also so einen Charakter, den brauchten wir einfach. Deswegen kommt er in der Gesamtbewertung bei mir viel besser weg, als ihn jetzt vielleicht viele für sich bewerten würden, wenn sie die letzten Wochen, Monate in Erinnerung haben. Also für mich, über die gesamte Saison betrachtet, ist der Transfer eine 2-, weil du hattest finanziell kein großes Risiko und du brauchst es genau so einen Typen, der dann auch noch Zweitliga erfahren ist und findet erstmal dann so einen Lautsprecher. Von daher fand ich diesen Transfer ziemlich gut. Also gut mit einem kleinen Minus wegen der Rückrunde. Jetzt in der neuen Saison mit einem neuen Trainer muss man sehen, welche Rolle er dann noch spielen kann. Aber für dieses eine Jahr war er für meine Begriffe sehr, sehr wichtig. Kommen wir zum dritten Spieler, das ist Jeremy Dudziak, auch ablösefrei gekommen, 28. Ich war damals noch verwundert, okay, wir haben ihn jetzt als Linksverteidiger verpflichtet, weil ja, hatte er vorher in der Vergangenheit auch gespielt, ist glaube ich auch so in den Profifußball gekommen, aber ich hatte ihn vor allem als zentraler Mittelfeldspieler, als Achter, als Zehner in Erinnerung, wo er so seine besten Zeiten hatte. War dann damals ein bisschen überrascht, dass man dann auch das so klar gesagt hat, wir haben ihn als Linksverteidiger verpflichtet. Risiko relativ gering bei ihm. Das Positive an ihm ist halt wirklich, dass er so ein Hybrid ist, dass er im Zentrum fast alle Positionen bekleiden kann, dass er Linksverteidiger spielen kann und dass er ja schon gezeigt hat, auch in der zweiten Liga, was er eben drauf hat. Hatte eine schwierige Zeit, sonst wäre er ja auch nicht ablösefrei zu haben gewesen. Trotzdem aber wusste man, was er, wenn er fit ist, im Stande ist zu leisten. Von daher wieder wahrscheinlich kein hohes Gehalt. Relativ risikofreier Transfer und man war zu diesem Zeitpunkt ja wahrscheinlich auch schon an Karbovnik dran. Also diese Gerüchte um Karbovnik rankten sich ja die ganze Zeit, aber da gab es eben auch noch Interessenten aus der Bundesliga, weil er wirklich eine fantastische Zweitligasaison gespielt hat. Es gab Interessenten, ich glaube Schalke war interessiert, der HSV war interessiert und so musste man die Positionen natürlich erst mal füllen mit jemandem, der vielleicht aber, wenn Karbovnik dann doch kommt, auch andere Positionen bekleiden kann. Von daher fand ich diesen Transfer mega sinnvoll. Am Ende hat er relativ wenig Spiele gemacht, auch aufgrund seiner langen Verletzung und dann wurde er auch nicht immer auf ihn gesetzt. Hat jetzt 15 Spiele wettbewerbsübergreifend gemacht, ein Tor, eine Vorlage, Kickernotenschnitt, 3,75, Sofa-Score-Schnitt 6,84. Ich hätte ihn gerne öfter gesehen, ich finde aber dadurch, dass er ablösefrei kam, dadurch, dass es für ihn auch eine Chance war, auch nach dieser missglückten Laie da in die Türkei von Greuter Fürth. Er hat in Greuter Fürth keine Rolle mehr gespielt. Also dann nur ein Jahr Vertrag, um das Risiko für uns auch minimal zu halten. Wir sehen ja jetzt auch, wir haben mit ihm verlängert, was ich für gut empfinde. Also ich finde dieser Transfer, auch wenn er zu wenig Impact vielleicht am Ende hatte mit 15 Einsätzen, ist eine 3+. Einfach so Rolle, die er hatte, Hybrid-Spieler, hat auch auf beiden oder auf mehreren Positionen eben agiert. Das zeigt er, wie wichtig es eben auch ist, solche Spieler zu verpflichten. Und ich finde, hätte er jetzt noch mehr gespielt, hätte er von mir auch vielleicht eine 2 bekommen, aber ich finde, der Transfer nach dem Jahr kann man mit einer 3+. beantworten. Kommen wir zum nächsten Spieler, das ist Andersson Lukoki, so spricht man ihn richtig aus, mittlerweile gar nicht mehr bei uns, sondern bei Eintracht Braunschweig, 25.07. verpflichtet, ablösefrei, hat jetzt einen Marktwert von 500.000. Rolle war ganz klar definiert, Backup für Dudziak. Straßner wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit eingeschätzt, bin ich auch mal interessiert, was da in Zukunft noch passiert. In den Jugendmannschaften gefällt er mir ja immer ganz gut. Er hat einmal eine Halbzeit gespielt und das war es dann. Ja, also da kann man glaube ich klar sagen, war ein Missverständnis, vor allem weil man dann Karbovnik, als man dann Karbovnik noch bekommen hat, hat man halt gesehen, dass dieser Transfer dann völlig unnötig im Endeffekt war. Er hatte auch vorher ja schon bei Hansa Rostock bei seiner Laie nicht funktioniert, sich bei Mainz nicht durchgesetzt, also es konnte wirklich nur ein Ergänzungsspieler sein für die Kaderbreite. Nicht mal das war er dann, weil selbst wenn Karbovnik nicht fit war oder man einen anderen Spieler wollte, dann hat halt Seevolk als Rechtsfuß auf der Linksverteidigerposition gespielt und so war er dann höchstens mal noch in der U23, hat bei uns gar keine Rolle gespielt, auch wenn wir das Missverständnis, ist, was ich auch gut finde. Das haben wir schnell beendet im Winter, haben zwar keine Ablöse bekommen, halbes Jahr Gehalt bezahlt, okay, aber haben wir schnell beendet, aber trotzdem kann man glaube ich sagen, auch wenn da kein Risiko war, auch wenn er sicherlich nicht teuer war, kann ich dem nur eine 5 geben. Ich habe die Intention dahinter verstanden, aber abgeliefert hat er einfach nicht, wenn er 46 Minuten gespielt hat. Die Rolle, wie gesagt, war aber sicherlich auch nicht, dass er Stammspieler ist, von daher ist es für mich auch nicht eine glatte 6. Ja, kommen wir vielleicht zu dem Königstransfer. Michał Karbovnik hat mich sehr, sehr gefreut, als wir den verpflichtet haben, war ja auch für unsere Verhältnisse viel Geld, was wir da ausgegeben haben. Jetzt steht bei Transfermarkt rund 2,5 Millionen, vielleicht wäre das nochmal gestiegen, wenn wir aufgestiegen wären, an Brighton damals bezahlt, war ja ausgeliehen an Düsseldorf, kannte die zweite Liga, war für mich der beste Zweitliga-Außenverteidiger. Am 8.8. haben wir ihn dann verpflichtet, hat jetzt einen Marktwert von 3,5 Millionen. Rolle war ganz klar definiert, Stammrechtsverteidiger mit Weiterentwicklungspotenzial, weil eben noch jung, dass du ihn gegebenenfalls auch teurer weiterverkaufen kannst oder dass er dir einen extremen Mehrwert gibt. Damals schwang auch häufig mit, dass er eigentlich auf der 6 spielen will. Da hatte Dada ihn auch das eine oder andere Mal in Testspielen dann im Zentrum ausprobiert, ob auf der 8 oder auf der 6, da hat er aber einfach nicht performt. Da würde er, glaube ich, lieber wieder hin, weil er hat ja ganz klar eigentlich seine Stärken im Ballbesitz, mit Ball am Fuß, im Tempodribbling etc. Und hat er seine Schwächen in der Tiefenabsicherung. Ja, was kann man zu der Saison sagen? Er hat 26 Spiele gemacht, hatte immer wieder, gerade am Anfang, diese Schulterprobleme. Das wusste man aber auch schon, als man ihn verpflichtet hat. Hat 26 Spiele gemacht, 0 Tore, 1 Scorerpunkt. Das ist natürlich zu wenig für einen, der sich eigentlich über Offensivgeist definiert. Kickernoteschnitt 3,6, Sofascoreschnitt 6,65 von 10. Ich bewerte jetzt nur dieses Jahr. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, die Spielweise ist keine, die in einem Karbovnik wirklich liegt. Ich finde auch, dass ein Fabian Reze viel von einem Karbovnik profitiert hat, auch wenn man das auf den ersten Blick immer nicht sieht, weil er hat unfassbar oft, mit dem Ball ist er eben nach vorne gelaufen und hat dadurch, dadurch, dass sein Spieler ihn eben anläuft, Räume geöffnet für Reze. Hat Reze teilweise von dieser Doppelbewachung auch entbunden. Hat auch öfter mal einen Tiefenlauf gemacht, sodass Reze mit Ball am Fuß nach rechts ziehen konnte. Reze hat ihn auch wirklich oft nicht eingesetzt, weil, das muss man auch sagen, meistens der letzte Pass, der Abschluss von Karbovnik meist gruselig war. Ich will nur damit sagen, er hat auch viel dazu beigetragen, dass Reze eben so performen konnte und dass ein Karbovnik, der sowieso schon Probleme hat in der tiefen Absicherung, dann mit einem Reze spielt, der defensiv, das hat ja Pal Dada ja auch oft beklagt, häufiger mal was vermissen hat lassen. Also offensiv überragend, klar, aber defensiv hat er eben manchmal dann auch Karbovnik alleine gelassen. Ich finde, das gehört dann auch zur Wahrheit mit dazu. Ich glaube, dass wir mit ihm noch sehr, sehr viel Spaß haben werden. Ich glaube, dass wir nochmal, ich hoffe zumindest sehr, dass wir dieses Jahr mal sein volles Potenzial in uns entfalten sehen, weil dann, das ist einfach ein Zukunftstransfer. Er hat ja auch noch zwei Jahre Vertrag. Jetzt muss natürlich mehr kommen in der neuen Saison, ist auch völlig klar, weil der wird auch nicht wenig verdienen. Für die Ausgaben, die wir hatten, also zweieinhalb Millionen, hohes Gehalt und die Erwartungen und die Rolle, die er hatte, kann ich sagen, ist es für mich eine 4,5, als Transfernote. Alles in allem, aber auch nur wegen dieser Saison und das hängt, wie gesagt, auch immer am Spielsystem ab. Es gibt auch Spieler, die performen unter gewissen Trainern, wie zum Beispiel Seevolk, der immer sehr gut performt hat unter Pal Dardai oder auch ein Kenny, der jetzt viel besser wurde unter Pal Dardai. Mal gucken, wie Karbovnik unter einem anderen Trainer in einem anderen Spielsystem eventuell performt. Vielleicht wird es ja auch nicht besser, aber jetzt muss natürlich mehr kommen und für so eine Summe, was für uns viel Geld ist, ist es mir dann ausreichend, aber doch knapp ausreichend, weil da erwartet man mehr. Aber kann er in der Zukunft sich noch zu dem Glücksgriff entwickeln und ich feiere ihn auch weiterhin sehr und freue mich auch, dass wir ihn haben, nicht falsch verstehen. Aber diese Saison, finde ich, habe ich auf jeden Fall mehr von ihm erwartet. Fabian Reese, da können wir kurz machen, war ja noch eine Verpflichtung von Fredi Bobic, vielleicht die beste Verpflichtung, die er je bei uns gemacht hat. Soll ja wohl auf Anraten von Sandro Schwarz gewesen sein. Kam ablösefrei, wer gern früher gekommen hat, jetzt einen Marktwert von 5 Millionen, gibt es keine Diskussion. 35 Spiele, 30 Scorer-Punkte wettbewerbsübergreifend, 13 Tore, 17 Vorlagen, Kicker-Notenschnitt von 2,9, das ist nicht leicht als Hertha-Spieler zu erreichen, 1,83 im Pokal, Sofa-Score-Schnitt von 7,61 in der Liga, 8,43 im Pokal, für mich Transfernote, ganz klar, eins mit Sternchen. Also was willst du mehr? Klar kannst du auch da Dinge kritisieren, aber der ist ja über seine Leistungen hinaus einfach auch so eine Identifikationsfigur, ich will ihn jetzt gar nicht zu hoch loben, er könnte ja schon sein, dass er wechselt, aber der hat uns auch alle so mitgerissen, auch mit seiner Art, weil der wirklich in jedem Spiel immer 100% gegeben hat und du gemerkt hast, Rehse fehlt an allen Ecken und Enden, nicht nur spielerisch, nicht nur fußballerisch, sondern vor allem auch von seiner Mentalität. Bestes Beispiel dieses Hinspiel in Kaiserslautern, wo er dann mit Tabakowitsch reinkam und auf einmal ein völlig anderer Wind durch die Mannschaft ging, also auch so mental. Also der ist glaube ich auch für diesen neu entstandenen Hype unter Hertha, trotz eigentlich gar nicht so fantastischer Leistung, hat er so einen großen Anteil, da kannst du, wenn du so einen Spieler ablösefrei bekommst, wo Paul Dardai ihn ja auch hingebracht hat, das muss man dann auch dazu sagen, kannst du nur eine Eins mit Sternchen geben, grandioser Transfer. Gibt es glaube ich nicht viel mehr zu sagen, kann man sich auch glaube ich nicht viel drüber streiten, auch wenn es da natürlich auch Sachen gibt, die man wie die Defensivarbeit kritisieren kann, aber einen ablösefreien Spieler zu bekommen, der so performt, wettbewerbsübergreifend, das ist schon der absolute Wahnsinn. Paul Goddardai, 25.300.000 verpflichtet, jetzt Marktwert von 800.000, kam auch noch vor dem August, 25.07. Rolle war klar, so rechter Flügel Zehner, also auf der rechten, fand ich ja auch gut, wie Benni Weber das gemacht hat, halt nicht auf dem rechten Flügel dann unbedingt jemanden zu holen, wo Winkler sowieso keine Chance hat, vorbeizukommen, der eine tolle Drittliga-Saison bei Waldhof Mannheim gespielt hat, sondern eben Paul Goddardai, mit dem kann er in Zweikampf gehen, Paul Goddardai kann aber auch im Zentrum spielen. Du hast hier einen standardstarken Stürmer geholt, der eine Identifikation mit Berlin hat, der extrem gereift ist in Ungarn, was man auch in seinen Partien international gegen Köln gesehen hat und ja, hat mir, habe ich erst mal verstanden. Ich muss sagen, er bringt fußballerisch, das sieht man immer wieder aufblitzen, ob das Schnittstellenpässe sind, ob das tiefe, progressive Bälle in den Lauf sind, fußballerisch, Flanken, Standards, perfekt ausgebildet. Auch ein Gefühl für Räume und zu erkennen, wann kann ich ein Tor erzielen, perfekt ausgebildet. Aber, und der ist jetzt schon 25, dafür, was er eigentlich für Fähigkeiten am Ball hat, viel zu unsichtbar. Also auf dem rechten Flügel fand ich es noch schlimmer, das liegt natürlich auch daran, dass wir sehr einseitig gespielt haben, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, immer nur über links, über lange Bälle auf Rehse. Da verhungerst du natürlich teilweise auf rechts, auch ein Winkler oder Schernd, wer auch immer da gespielt hat, aber auch im Zentrum. Wenn er im Zentrum auf einer Doppelacht oder auf einer Zehn gespielt hat, da erwarte ich, dass er viel präsenter ist. Er war zwar immer gut im Gegenpressing, das belegen ja auch die Statistiken, aber im Ballbesitz sich nicht im Deckungsschatten seines Gegenspielers zu bewegen, sondern sich immer anzubieten, immer frei zu sein, weil du den Ball haben willst, was ich zum Beispiel bei einem Ivo Masa auch voll oft sehe. Das hat mir total gefehlt bei ihm. Am Ende hat er trotzdem 23 Spiele gemacht, sieben Tore, vier Vorlagen. Also wenn man jetzt sich nur die Stats anguckt, von Torbeteiligung, ist das eigentlich echt stabil für einen Spieler, den du für 300.000 verpflichtet hast, plus seine Standardstärke. Kicker-Notenschnitt, aber auch nur 3,88. Bei Sofa-Score 6,95 von 10. Ja, Transfer-Note. Alles in allem, finde ich, ist aber eine 3, weil der war nicht teuer, er hat es ja auch nicht einfach. Dann hieß es immer, haben wir doch nur geholt, weil Pahl Trainer ist und so weiter. Ich finde, er hat es nicht überragend gemacht, man hätte sich auch mehr Präsenz von ihm gewünscht, aber er hat es ja auch nicht schlecht gemacht. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, zwischen Masa und Polko, würde ich immer Masa aufstellen, alleine schon wegen dem Entwicklungspotenzial, und weil er sich für mich mehr zeigt und einfach noch krasser ist. Bei Winkler würde ich auch im Moment eher Winkler aufstellen, aber für 300.000 jemanden zu verpflichten wie Polko Dardai, der die eben eine Standardstärke gibt, der in den gewissen Spielen ja auch den Unterschied gemacht hat, muss man ja sagen, finde ich, ist es ja kein schlechter Transfer und ist für mich befriedigend, deswegen eine 3. Nächster Spieler ist Bilal Hüseyin, 23 Jahre jung, ja, Achter, kann auch auf Doppel-Sechs spielen, ganz spät verpflichtet, 30.08.23, 675.000 haben wir bezahlt, also schon ein bisschen mehr, weil wir auch was in ihm gesehen haben, eine Million Marktwert hat er jetzt. Rolle war, glaube ich, klar, spielstarker Achter, Sechser, gegebenenfalls schon Stammspieler, aber soll sich auch erstmal gewöhnen, ist jung, ist ein Zukunftsprojekt, hat noch Entwicklungspotenzial, Zukunftstransfer. Hat leider nicht wirklich überzeugen können und ist halt nicht der Spielertyp, der Pal gefällt, weil er halt nicht gut für die zweite Liga nicht robust genug ist, auch nicht so aktiv gegen den Ball arbeitet, hat aber, finde ich, eine super Übersicht, kann sich gut in den Räumen bewegen, ist nicht immer der auffälligste, aber macht auch relativ wenig Fehler und hat auch ein Gespür, wie er in Räume reinläuft. Ich hätte mir mehr Spielzeit für ihn gewünscht, muss er auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, völlig klar. Hätte ihn aber auch gern öfter gesehen, hat mich gefreut, dass er jetzt am Ende öfter mal gespielt hat, Kickernoteschnitt 3,93, ist jetzt auch nicht gerade berauschend, 4,0 im Pokal und bei Sofa-Score 6,75 und 7,0 im Pokal. Transfernote, für das, was er sein sollte, würde ich ihm jetzt, weil er aber auch ein bisschen teurer war, für diese Saison eine 4 plus geben. Also, da war einfach der Mehrwert nicht wirklich gegeben, außer bei diesem einen Spiel in Paderborn, wo er das ganz wichtige Tor gemacht hat und generell ein tolles Spiel nach seiner Einwechslung gemacht hat, aber er hat jetzt nicht wirklich Impact für uns gehabt, aber ist wie gesagt ein Zukunftstransfer, würde ich auf gar keinen Fall abschreiben, für den Transfer auch weiterhin gut, aber mehr als eine 4 plus, tendenziell sogar eine 4 vielleicht, ist es von den Leistungen, die er diese Saison für uns gebracht hat, leider nicht aus meiner Sicht. Kommen wir zu Burralakis, das war ja eigentlich der Ersatztransfer für Diego Demme, da kann man vielleicht auch Benny Weber so ein bisschen kritisieren, dass man da zu lange an Diego Demme festgehalten hat, zumindest hat er am Ende nicht einfach gesagt, ja jetzt haben wir keinen, wie bei Fredi Bobic, sondern hat dann jemanden verpflichtet, jemand mit Erfahrung, jemand mit einer gewissen Ballsicherheit, mit einer Übersicht, es bleibt ja immer dabei, auch wenn er zu Recht viel kritisiert wird, für mich einer der spielintelligentesten Spieler aus unserer Mannschaft, internationale Erfahrungen für Griechenland und Piraeus, gesammelt bei Piraeus, allerdings auch keine Rolle mehr gespielt, war nur noch verliehen, haben wir für 400.000 verpflichtet, hat jetzt einen Marktwert von 1,5 Millionen und Rolle ganz klar Diego Demme Ersatztransfer, Organisator, Denker, Lenker, Führungsspieler eigentlich, hat auch insgesamt ja 27 Partien gemacht, ein Tor und eine Vorlage, Kickernotenschnitt 3,87, im Pokal 4,5, da hat er ja auch wieder so einen ganz, ganz schlimmen Fehlpass gegen Kaiserslautern gespielt, obwohl er vorher eigentlich echt gut war, Sofa-Score 6,71 von 10 in der Liga und 6,4 von 10 im Pokal, ja, ihm fehlt das Tempo, das ist klar, da brauchen wir nicht drüber sprechen und das ist vielleicht dann auch ein bisschen viel, wenn du generell in der Innenverteidigung nicht so viel Tempo hast, dann davor auf der 6 nicht so viel Tempo hast, dann ist das Zentrum vielleicht ein bisschen anfällig, aber er hatte auch immer wieder Spiele dabei, wo ich gesagt habe, boah, geile Pässe, geile Übersicht, den kannst du echt immer anspielen, der hat eine Idee, der sieht die freien Räume, der ist passsicher, aber als so erfahrener Spieler, ja, du musst dich an die zweite Liga gewöhnen, das ist eine andere Liga, aber da darfst du dir halt solche groben Schnitzer, wie der Papa von Pinocchio, einfach nicht erlauben, das ist wirklich zu, das hat der ja Palma gesagt in der Pressekonferenz, leider haben bei uns, das war ja auch bei Kempf häufig so, die haben sich selber das mit dem Arsch eingerissen, was sie eigentlich aufgebaut haben vorher mit ihrer Spielweise und haben sich so irgendwie auch, zumindest für den Zuschauer auf dem Platz, selber die Führungsrolle wieder entzogen, weil die jungen Leute weniger katastrophale Fehler gemacht haben, als die Führungsspieler, allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, die versuchen halt vielleicht auch einfach mehr, die versuchen ein bisschen risikoreicher zu spielen und dann passiert sowas, aber trotzdem muss man ja am Ende sagen, er war nie die Stütze auf der Sechser-Position, haben es ja dann auch manchmal mit ihm ein bisschen weiter vorne probiert und dahinter mit einer schnellen Absicherung mit Seevolk, er war nie die Stütze, die er eigentlich hätte sein müssen als Transfer, das ist absolut unsere Problemposition, kann man ja auch nochmal danach sagen und deswegen kann ich für den Transfer auch nur eine Fünf geben, versteht mich nicht falsch, der hat ja wirklich viel gemacht und er hat ja auch viel gespielt und ich bin ja immer einer, der Buchalakis immer viel verteidigt hat und im Endeffekt ist er ja auch eine Art Stammspieler gewesen, aber ob das in Nürnberg war, im Hinspiel mit der Roten Karte, ob das im Pokal war, dann gegen Eintracht Braunschweig, du kannst dir nicht so viele haarsträumende Fehler erlauben, wenn du, das ist eben das Entscheidende, eben nicht wie Bilal Hüsse ihn als Zukunftstransfer bist, der vielleicht auch gleich funktioniert, sondern du bist verpflichtet worden als der Mann im Zentralmittelfeld, als der Denker und Lenker, als ein Führungsspieler, der vielleicht kein Lautsprecher ist, aber der durch seine Pässe, durch seine immer Anspielbarkeit, das ist vielleicht auch ein bisschen hart, komm, geben wir ihm eine 4,4 minus, 4,5, aber die Rolle hat er halt nicht ausfüllen können, das muss man klar so sagen, da waren zu viele schlechte Spiele mit dabei. Gustav Christensen, auch noch ein sehr, sehr junger Mann, sehr, sehr interessant für die Zukunft, 18, als wir ihn verpflichtet haben, von Fredi Bobic, stand ja auch sehr früh fest, war dann am 1.7.23 da, ablösefrei gekommen, gegen eine Ausbildungsentschädigung aus Dänemark, er hatte jetzt einen Marktwert von 500.000, die Rolle war eigentlich klar, der sollte eigentlich, ja klar, man hätte sich gefreut, wenn er jetzt schon mehr Impact gehabt hätte, aber der sollte eigentlich ein Jahr über die U23 herangeführt werden, weil der hatte ja in Dänemark auch nur kurze Einsätze bei den Profis, also der hatte noch gar keine Männererfahrung, man hat ihn eigentlich eher als Zukunftstransfer verpflichtet und kann deswegen jetzt auch nicht sagen, ich hätte mir jetzt erwartet, von dem er mal ein paar Scorer-Punkte hier bringt, also dass er dann am Ende gespielt hat, fand ich ja eigentlich gut, dass wir den Kader so gebaut haben, dass man dann eben solchen Spielern die Chance gibt, aber der hatte in der ersten Mannschaft einfach noch nicht diesen Mehrwert, was ich ihm aber auch nicht vorwerfen will. In der zweiten Mannschaft hat man ja seine Fähigkeiten gesehen, der ist eigentlich zu gut dafür, der ist sehr, sehr schnell, der hat einen harten und platzierten Distanzschuss, er ist gut im Tempo-Dribbling, er ist gut auch im Flanken, kann gut in die Tiefe laufen, ist flexibel einsetzbar, kann rechts, links hängende Spitze, Halbraumstürmer spielen, vorrangig natürlich auf dem Flügel. In der zweiten Mannschaft hat er in zwölf Regionalligaspielen acht Treffer beigesteuert. In der ersten Mannschaft kam er zu 15 Einsätzen, jetzt war er auch lange verletzt, konnte dann am Ende, das ist schade eigentlich, sonst hätte man am Ende ihm mal ein bisschen Spielzeit geben können, kam leider nur auf einen Assist, Kickernotenschnitt auch nur 4,13, im Pokal 3,5, Sofa-Score-Notenschnitt 6,63, von 10 im Pokal 6,7, konnte keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber für das, was er sein sollte, finde ich, kann man ihm trotzdem eine 2 geben, weil mehr sollte er dieses Jahr nicht machen, er sollte Profi-Erfahrungen schnuppern und sich daran gewöhnen. Und das hat er gemacht, er hat bei der zweiten Mannschaft hat er sehr gut performt, immer wenn er eingesetzt wurde, bei der ersten Mannschaft hat man Ansätze gesehen, mehr aber eben auch nicht. Deswegen ist das für mich trotzdem aber eine 2, weil er hat ja seine Rolle, in seiner Rolle eigentlich nicht enttäuscht, wenn man von der jetzt mal ausgeht. Kommen wir zum nächsten Spieler, Previak, 28, so wie man jetzt hören konnte, laut Kicker, eigentlich Stürmer Nummer 1 gewesen, wurde ja schon am 18.07. verpflichtet, Tabakowitsch ja dann erst später, hat eigentlich auch Sinn gemacht, kam ablösefrei, sprich Deutsch, kurze Integrationszeit, eigentlich ein technisch starker, der vor allem auch seine Stärken in der Box hat, aber eben auch gut mit dem Ball umgehen kann, auch so ein bisschen im Doppelsturm super funktioniert hat in der Vergangenheit, als hängende Spitze vielleicht auch ein bisschen agieren kann, aber am Ende doch seine Stärken im Abschluss hat. Und er hat ja auch richtig gut angefangen, ja, hat vier Tore relativ zeitnah geschossen, insgesamt kommt er auf 24 Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen, aber dadurch, dass wir eben nur mit einem Stürmer gespielt haben, zeitweise Niederlechner performt hat, war er halt völlig außen vor. Er war dann in der Rückrunde, hat er glaube ich noch sechs Kurzeinsätze gehabt, keine Torbeteiligung, war völlig außen vor, Tabakowitsch hat immer gespielt, war fit oder eben dann Niederlechner, ist auch ein ganz anderer Stürmertyp einfach als Haares, die kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen, vielleicht hätte es auch, wir haben es ja am Anfang auch öfter mal mit den beiden zusammen probiert, hätte ich eigentlich mir schon vorstellen können, dass das klappt, hat aber nun mal nicht geklappt. Für das, was er sein sollte, ist es natürlich zu wenig, weil er verdient wohl relativ viel und sollte Stürmer Nummer eins sein. Dass da ein anderer Stürmer funktioniert, da wird dann keiner sauer am Ende drüber sein, aber wenn man jetzt nur diesen Transfer bewertet, ja, kamen Ablöse frei, wird aber wahrscheinlich ordentlich Handgeld bekommen haben und verdient gut, deswegen für mich nur eine vier Minus. Aber wie gesagt, man hat ja am Anfang sogar seine Fähigkeiten gesehen und ich halte auch weiterhin viel von ihm, aber mehr hat er uns dann halt einfach nicht gebracht, muss man klar so sagen. Kommen wir zu einem der Top-Transfers, Tabakovic, fantastisch, soll ja wohl mit Hilfe des Triple-Seven-Netzwerkes gescoutet worden sein, Ausschließklausel von 500.000 gezogen, so ein bisschen so ein Spätstarter, hat er auch schon bei Austria Wien super funktioniert, Benni Weber hat ihn dann überzeugt, hat er ja mal erzählt in einem Interview, wie das alles funktioniert hat, jetzt schon Marktwert von zweieinhalb Millionen, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, sicherlich auch einer der Begehrlichkeiten weckt nach dieser tollen Saison. Eigentlich ja dann, ja weiß ich nicht, als was wurde er verpflichtet? Als Rolle Herausforderer? Rolle Doppelsturm mit Previak und Niederlechner? Oder was ist jetzt die Rolle, mit der er verpflichtet wurde? Mit seinen Scorer-Punkten, die er gesammelt hatte in den letzten Stationen, könnte man ja schon sagen, dass man, als man die Chance ergreifen konnte, gesagt hat, doch, das muss unser Stürmer Nummer eins sein. War ja am Ende auch. 36 Spiele, 25 Tore, wettbewerbsübergreifend, sechs Vorlagen, also 31 Scorer-Punkte, Kicker-Notenschnitt, 3,25, im Pokal 3,5, Sofa-Score-Schnitt 7,33, 7,58, im Pokal von 10. Das sind die besten Notenschnitte, die wir so haben. Und er hat es auch nicht immer einfach gehabt. Häufig, das hast du ja im letzten Spiel gesehen, da wurde ihm kein einziger Ball richtig aufgelegt. Eiskalter Scorer vor dem Tor, hat auch eine wirkliche Präsenz vorne drin. Klar, Schwächen kennen wir, ist auf jeden Fall nicht spielstark, den darfst du eigentlich nicht ins Spiel einbinden, der muss eigentlich vorne im 16er stehen und eine Flanke nach der anderen reinbekommen. Oder auch tiefe Bälle, da war er ja auch eiskalt vor dem Tor. Hätte sogar teilweise noch mehr Tore erzielen können, in gewissen Spielen, zum Beispiel gegen Kaiserslautern, oder auch in dem Spiel gegen Holstein-Kiel, wo er den Elfmeter nicht verschießt. Aber eine grandiose Saison. Und krieg mal als Zweitligist einen Stürmer, der dir 25 Tore wettbewerbsübergreifend bringt, Torschützenkönig wird, für 500.000. Und von Beginn an so funktioniert. Also das ist ein Top-Transfer. Man kann sich ja darüber streiten, wie gut man ihn jetzt wirklich findet. Aber für den Impact, den er hatte, ist er für mich eine glatte Eins. Keine Eins mit Sternchen wie Reze, aber eine glatte Eins. Weil wenn man mal sieht, was die anderen Spieler hier so ein Zoll ist, ja, was würde der kosten, wenn man den verpflichtet? Wahrscheinlich zwischen 5 und 8 Millionen. Jetzt nach der Saison sowieso, aber auch vorher wäre der wahrscheinlich nicht unter 5 Millionen zu haben gewesen. Was würde ein Glatze kosten? Den kriegst du ja gar nicht, so ein Spieler, der Torschützenkönig geworden ist. Also für 500.000 Spieler zu bekommen, der bei Hertha endlich mal wieder ein Goalgetter ist, das ist schon ein super, super Transfer. Jetzt kommen wir zu denen, ich hoffe, ich habe wirklich keinen vergessen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass ich keinen vergesse. Kommen wir zu den Wintertransfers. Wir hatten die Problematik, dass eigentlich vier Spieler, wenn ich jetzt Duziak dazu zähle, die ZOM spielen können, alle verletzt waren. Und dementsprechend wollte man da eben nochmal nachjustieren, hat die Chance gesehen und Barcock verpflichtet. Für mich ein absoluter Straßenfußballer. Ich fand den Transfer erstmal cool, vor allem, weil du überhaupt, der hat überhaupt nicht performt in den letzten Jahren, aber du hattest ja überhaupt kein Risiko. Du hast ihn geliehen, sicherlich kein geringes Gehalt, wo aber sicherlich auch Mainz noch ein bisschen was übernommen hat. Du hast ihn geliehen mit einer Kaufoption und einer Kaupppflicht, die bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen greift. Bundesliga erfahren, will sich beweisen, hat in der letzten, hat in der Bundesliga nicht gut performt mit Mainz, da haben aber viele nicht gut performt und war auch so ein Spielertyp, den wir vielleicht vorher noch gar nicht hatten. Also völlig verständlich, Rolle, klar, Zehner, solange kein anderer da ist und eigentlich unserem Spiel auch nochmal fußballerischen Mehrwert zu geben. Das war, denke ich mal, schon seine Rolle. Hat dann allerdings später eben viel auf der Sechserposition gespielt, was für meine Begriffe, ja, lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass er es besser auf der Position gemacht hat als die anderen, wenn wir jetzt über Bucher Larkes und Co. reden. Aber das ist einfach nicht für mich seine Top-Position. Ja, der kann auch mal einen Ball treiben, aber dann vielleicht eher von einer Achterposition als wirklich so ganz tief, wo er auch viel gegen den Ball arbeiten muss. Hat er am Ende ja auch nicht schlecht gemacht, aber seine Fähigkeiten, dass er eben auch mal in eine Eins-gegen-eins-Situation geht, dass er mal einen Trick dabei hat, der auch wirklich was bringt, die kann er ja auf der Sechs gar nicht entfalten. Hat am Ende trotzdem 14 Spiele für uns gemacht, ein Tor erzielt. Ich glaube, ein paar da bohren, keine Vorlage, Kickernotenschnitt 3,88, im Pokal sogar nur eine 5, Sofa-Score-Schnitt 6,93, 6,75 im Pokal von 10. Warum sage ich die Noten? Nur um zu zeigen, wie das andere auch sehen. Weil das ist ja jetzt nur meine persönliche Einschätzung, das kann ja jeder von euch anders sehen. War ein Transfer ohne Risiko, hat viel gespielt, aber hat, finde ich, nicht ansatzweise das gezeigt, was man im Best-Case hätte hoffen können. Aber es war auch kein schlechter Transfer. Ich fand viele Spiele von ihm nicht gut, aber wir haben ihn ja anscheinend gebraucht, sonst hätte er ja nicht gespielt. Und das Risiko war ja auch einfach nicht gegeben. Ich würde ihm eine 3-minus geben, den Transfer. Ich würde ihn jetzt auch nicht, ich würde ihn nicht ausschließen. Ich bin, je nachdem, welche Spieler uns verlassen, würde ich sagen, vielleicht in einem anderen Spielsystem, wenn er auf der 10 spielen darf, dauerhaft, hat er vielleicht trotzdem noch weiter einen Mehrwert. Ich weiß halt nicht, was er kostet monatlich. Aber ich fand den, ich fand, er hat uns nicht den Mehrwert gebracht, aber er wäre jetzt auch nicht die absolute Vollkatastrophe, dass man sagen kann, das war der schlechteste Transfer jemals, zumal es nur für ein halbes Jahr war und er ja zu immerhin auf 14 Spiele kommt. Also für mich ist es eine 3-minus, kann man sich drüber streiten, vielleicht auch eine 4+. Und das war der eine Wintertransfer, der zweite Wintertransfer war Bradley Ibrahim. Da war halt die, also sorry, aber da war die Kommunikation einfach mega unglücklich, dass Paul dann am Anfang gesagt hat, der ist eigentlich zu gut für uns. Das meinte er, glaube ich, auch anders. Das hing jetzt Bradley Ibrahim nach. Ehrlich gesagt, wurde er damit auch ein bisschen verbrannt. Ich finde auch, dass Bradley Ibrahim, ich habe ja ein paar Spiele in der zweiten gesehen, hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Ich glaube aber, dass der einfach auch eine Mannschaft braucht, die einen spielerischen Ansatz hat und in so einer Liga, wo dann so viel gekloppt wird, wie gegen Eilenburg, wo die Plätze auch nicht gut sind, wo das einfach ein anderes Fußballspielen ist, wo es viel mehr auf Körperlichkeit noch ankommt in der Regionalliga. Ich glaube, das ist einfach nichts, wo er jetzt wirklich noch weiterhin viel lernt oder wo er sich viel weiterentwickeln kann. Ich hoffe, dass er noch für die Zukunft ein Faktor sein kann. Ich finde sein Profil sehr interessant, war ja wahrscheinlich von Timon Pauls gescoutet. Aber Benni Weber hat es ja auch nochmal klargestellt. Ey, der wurde nicht verpflichtet, um bei uns zu spielen in der Rückrunde. Das ist ein Zukunftstransfer, weil wir ihn jetzt haben konnten, damit er sich schon mal einleben kann. Hat ja jetzt wohl auch noch Trainingsrückstand und so weiter gehabt. Aber ja, da werden wir vielleicht nächstes Jahr sagen können, was das für ein Transfer war. Das ist für mich ohne Bewertung. Was soll ich da für eine Note geben? Das ist ein Zukunftstransfer, der überhaupt nicht gespielt hat und wo die Kommunikation ein bisschen unglücklich verlaufen ist, für mich nicht zu bewerten. Ja, das wären meine Noten, wenn ich Noten geben würde für Transfers. Das ist natürlich äußerst subjektiv, äußerst, äußerst subjektiv. Vielleicht seht ihr Rehse Tabakowicz schlechter. Vielleicht seht ihr andere deutlich besser oder noch schlechter. Gerne mal eure Meinung rein. Was würdet ihr, wenn ihr Noten verteilen würdet? Meinetwegen auch Punkte von 1 bis 10, den Transfers, was sie für einen Impact für uns hatten, für Noten geben. Aber nochmal, zu einer Kaderplanung gehört ja mehr als nur, dass jeder Transfer einschlägt, was sowieso nicht klappt, sondern welche Rolle und wie ist das Gesamtkonstrukt? Und ich sage weiterhin, auch nach der Saison, gehe ich da weiter mit meiner Meinung. Ich fand, der Kader war echt im Verhältnis zu vielen anderen Mannschaften gut zusammengestellt und da hätte man auch einiges anderes nochmal probieren können und ich hätte mir sogar mehr erhofft aus diesem Kader. Aber das sind so die Leistungen, wie sie halt waren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde, wie gesagt, noch, muss ich aber mich darauf vorbereiten, das ist nicht so leicht aus der Hüfte geschüttelt, nochmal ein Video machen zur Kaderplanung. Wem würde ich abgeben, wen würde ich behalten? Weiß aber nicht, inwiefern das so einfach ist, weil wir halt auch viele Zwänge einfach haben. Und ich glaube, jeder ist sich darüber einig. Wir wollen die Mannschaft so gut es geht zusammenhalten. Keiner will Tabakowitsch, Reze oder Maser verkaufen. Vielleicht wissen wir bei der nächsten Mitgliederversammlung mehr, aber es könnte natürlich in gewisser Weise dazu kommen, dass der ein oder andere Verkauf alternativlos ist oder wir bei gewissen Preisen auch einfach schwach werden. So viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten Stream. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Danke für euren Support. Bleibt alle gesund und verbringt genug Zeit mit euren Liebsten. Hau he! Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020